Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Skywars, diesmal aber nicht auf dem The Waze Server, sondern wir befinden uns hier auf dem Mineplex Server mal wieder. Lang, lang ist es her, da habe ich jetzt schon lange nicht mehr drauf gezockt. Ja, hier ist der Loot zum Beispiel eigentlich richtig scheiße. Denn man kriegt eigentlich nur sehr selten eine Waffe, mit der man was anfangen kann. Aber hat hier natürlich die Chance, sich selber was zu craften. Meistens ist es ein leichtes Eisenschwert, das man sich bauen kann. Oder man baut sich schnell genug zum anderen rüber. Und haut ihn kaputt, so wie ich gerade. Und guckt mal, was er hier noch drin hat. Nichts. Er hat hier einfach nichts richtig drin. Ich könnte mir ein Steinschwert craften. Dann machen wir mal mit, Leute. Ist glaube ich egal, ich mache das gleich Schaden. Und tot. Nein. 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 Mit einem Diamantschwert. Zwei Kills. Dann Diamantschwert. Warum Diamantschwert? Wo haben die das her? Dieser Mixer. Aber ich habe keins. Eigentlich, wer hier ein Diamantschwert hat, der hat schon gewonnen. Ja, Diamantschwert sind hier einfach immer. Okay, Leute. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde Skywars. Bis gleich. So, Leute. Damit sind wir in Runde zwei. Skywars. Oh. Eine andere Map. Mehr Glück. Oder andere Glück. Ja, Mann. Oh, wir haben einen Bogen. Vielleicht kriege ich hier auch keinen Pfeil. Okay. Oh, das war falsch. Ich habe da alles reingeworfen. Das wollte ich gar nicht. Oh mein Gott. Ich habe einfach mal nur Scheiße bekommen eigentlich. Ich habe jetzt nur ein Eisen, weil mir ein Eisen runtergefallen ist, wie es scheint. Hier ist aber keiner gerade. Ich habe aber jetzt die Entscheidung, wenn crafte ich mir jetzt eine Spitzhacke. Was ich glaube ich auch einfach tun werde. Und baue mir dann schnell die Dias ab. Da haben wir auch schon einen Spieler, einen echten. Wenn das jetzt schief geht, verliere ich einen Dia. Habe ich aber nicht. So, Leute. Das bedeutet, ich kann mir einen Dia-Schwert bauen. Geilo. Das ist schon fertig. Ein Rüst. Mein Gott. Jetzt habe ich mir das hier selber ein bisschen verbaut, glaube ich. Der ist auch schon in die Mitte. In Richtung Mitte. Ich besitze auch noch eine Angel, sehe ich gerade. Komm schon. Komm schon. Komm schon ein bisschen höher. Haben wir noch irgendwas? Wir haben auf jeden Fall ein paar dicke Eier. Komm mal hoch. Der Spieler verbuddelt sich da. Ne, der ist da rüber. Da kommt ein Spieler. Da kommt ein Spieler. Was ist das denn? Warum treffe ich ihn denn nicht? Bin ich so behindert? Ich kriege das doch. Ich kriege den Kopf, kriege ich. Boah. Egal, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da oben da unten. Abo hier auf dem Kanal. Und besucht mich bei Facebook, Twitch und Twitter. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Xaxa. Ciao.